Lol, ich kann mein Auto nicht mehr bewegen. What the hell? Lol, was ist für ein Bug, Digga, gewesen? Ich bin ganz normal gefahren, auf einmal bin ich stehen geblieben. Ich konnte nicht mal Gas geben oder gar nichts. Lol. Lol. Na, jetzt kann ich Vollgas geben, endlich. Ich spiele gerade eigentlich mit einem Lenkrad und mit Fußpedalen und so. Da war so kabellos, das ist irgendwie komischerweise rausgegangen, deswegen konnte ich nicht irgendwie Gas geben oder so. Ich bin irgendwie stehen geblieben auf der Kurve. Hast du auch schon mal mit einem Lenkrad gezockt? Ja. Und wie findest du das? Ja, cool, aber. Ja, das stimmt, aber es ist ja halt cool, aber es ist auch schwer. Weil ich habe den originalen Lenkrad für 850 Euro habe ich, glaube ich, bezahlt. Ungefähr. Verstehen. Warte mal kurz, bitte. Ich komme gleich. Oder gesagt, ich war an dem Spiel, ne? Alter, fast überdreht, Digga. Oh, 1 Minute und 10 Sekunden. Lol. Hä, hast du das Spiel verlassen? Von mir stand, dass du das Spiel verlassen hast. What the fuck? Lol. Was war das denn für'n Bug? Ach, da war ich wohl ein bisschen zu schnell. Puh. N Castle, wenn du aber dashuhn. Diese Tür verlassen hast du schon mal. Oh ich will ein Schulter. Oh, das habe ich noch. Oh man. Ich dreue� mich nochmal mit ihm standard.